Fußballstar Lionel Messi hat nicht mit dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gerechnet. Ja, ich war überrascht, sagte der Kapitän der Argentinier. Obwohl das argentinische Team in Messis' Ära bereits dreimal bei einer WM an einer deutschen Mannschaft gescheitert ist, steht es nun anders als die Deutschen im Viertelfinale. Und Deutschland gehört immer unter die Besten, betonte Messi zudem. Dass die deutsche Fußballmannschaft nun wie 2018 nicht ins Achtelfinale kam, sei überraschend für den Fußballstar. Es zeige aber auch, wie schwer diese WM sei und dass der Name einer Mannschaft nicht wichtig ist. Das argentinische Team hatte sich zu Beginn der WM mit einem 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien blamiert, sich dann aber in den Folgekämpfen von seiner besten Seite gezeigt. Trainer Lionel Scaloni hat es offenbar geschafft, eine Mannschaft zu formen, die auch nach einem Rückschlag vereint und stark bleibt, unterstützt von tausenden von Fans.